Darf ich vorstellen, die neue Twentwader Box im September, Motto Find Your Balance mit wieder ganz ausgefallenen Produkten. Also wir haben sogar einen Lip Liner, einen Nudelcup von Davat, Home Eye & Spa Packungen, da sind vier Stück sogar drin. Mal was zum Häkeln, also wir haben wirklich alles mögliche wieder in den Päckchen. In Seeberger Sweet & Salty Snack, Marken wie Wiggy & Nick, die ich überhaupt nicht kenne, ich bin total gespannt. Mit Soulfood Reise 15 spart ihr bei Twentwader 15% und die Boxen sind eh schon immer sehr günstig und haben einen Warenwert von weit über 100 Euro. Und es lohnt sich auf jeden Fall ein Abo abzuschließen. Ansonsten gibt es die Produkte bestimmt bald wieder im SIR Plus Online Shop und da spart ihr auch mit Soulfood Reise 15-15% und könnt euch die Produkte sogar auch einzeln kaufen. Das finde ich auch immer sehr cool. Und das finde ich auch immer sehr gut. 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 Vielen Dank.